Bleistift! Bleistift! Hast du keinen Bleistift? Kein Problem! Kauf deinen Bleistift! Bleistift! Was kannst du machen mit deinem Bleistift, du fragst? Bleistift! Schreiben! Bleistift! Werft es! Bleistift! Anwendet er wie ein Hinterthermometer! Bleistift! Deine Mutter! Bleistift! Deinen Vater! Bleistift! Und viel mehr! Bleistift! Du fragst sicherlich dich selbst! Der Bleistift ist sicher schweinteuer! Nein! Es ist noch teuer! Bleistift! Kauf ein Bleistift heute! Bleistift! Bleistift! Gibt sich jetzt hier, Kondro, Herbst, Klamit, Koch, Messer, Reibull, und Schwarz, dort, Batterien nicht inbegriffen! Bleistift!